Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute geht es wieder weiter und zwar mit Formularen. Formulare sind was, was man irgendwie überall hat. Das heißt Login, irgendwelche Daten, alles ist ein Formular gefühlt. Und deswegen sind Formulare auch von Angular ein bisschen gesondert behandelt, denn man möchte ja die Features von Angular, also Single-Sided-Page, möchte man benutzen können, man möchte, dass das Ganze schnell ist und man möchte über TypeScript vielleicht noch irgendwelche Validierung reinmachen, also dass sozusagen der Input auch korrekt ist, dass der User auch weiß, dass er da gerade ein Passwort eingegeben hat, das gut ist oder schlecht ist. Solche Dinge eben möchte man auch zur Verfügung stellen. Und ja, da gibt es einiges, was man beachten muss. Es gibt vor allem zwei Ansätze in Angular, nämlich einmal die sogenannten Template-Driven-Forms, das wir jetzt gleich hier machen werden, und einmal die Reactive-Forms, das was wir vielleicht irgendwann später mal machen werden. Da gibt es kein richtig oder falsch in dem Sinne. Wir machen einfach die Template-Driven-Forms zuerst, weil sie ein bisschen leichter sind. Template-Driven-Forms heißt, die, ja, alles wird eigentlich von Angular für euch übernommen und ihr sagt sozusagen per CSS, wie das Ganze aussehen soll. Bei Reactive-Forms habt ihr die Macht sozusagen direkt und müsst das Ganze aber an TypeScript binden, das heißt, ihr müsst über TypeScript alles modellieren. Modellieren. Dann, ja, müsst ihr natürlich auch alles selber schreiben, was TypeScript angeht. Das übernimmt bei Template-Driven-Forms Angular für euch. So, und die Verarbeitung gleichzeitig auch noch ist bei Template-Driven-Forms asynchron, bei Reactive-Forms synchron. Das bedeutet, asynchron ist vielleicht ein bisschen schneller, aber dadurch deutlich schwerer zu warten, weil ja, Multithreading sozusagen automatisch zum Einsatz kommt. Okay, das sind jetzt einfach nur die Dinge, die ich jetzt mal ganz kurz loswerden wollte, so generell. Wir starten jetzt mit den Template-Driven-Forms und wollen uns erstmal angucken, wie wir die überhaupt verwenden können. Und das schauen wir uns direkt hier erstmal im App-Modul an, denn ich habe hier schon mal eins importiert, das habe ich, glaube ich, im ersten Video schon gemacht. Das ist das Forms-Module und das finden wir auch hier, Import-Forms-Module from at Angular slash Forms. Das müsst ihr da drin haben, auch unter den Imports, aber, ja, haben wir wie gesagt schon gemacht. Okay, das ist eigentlich alles, was ihr im App-Modul haben müsst. Wir werden jetzt weiterarbeiten in unserer Website-Component hier. Das ist aber nur ein Beispiel, ihr könnt arbeiten, wo ihr wollt. Es geht einfach darum, dass wir eine Form haben, also ein Formular, das irgendwas eben tut. Ich habe übrigens auch mal hier die TypeScript ein bisschen aufgeräumt, einfach alles rausgemacht, sodass es aussieht wie eine komplett leere Komponente. Das heißt, alles aus den letzten Videos ist einfach nicht mehr da. Und ja, okay, was wir jetzt hier als erstes mal brauchen, wir wollen mit Formularen arbeiten. Hätten wir jetzt gedacht, wir brauchen ein Formular. So, und ja, jetzt können wir hier einfach solche Sachen machen, wie zum Beispiel Label, Name, Doppelpunkt und dann haben wir ein Input, also ein stinknormales Formular im Endeffekt, das ihr in meinen HTML-Tutorials lernen könnt, wenn ihr es noch nicht euch angeguckt habt. Dann Label, Passwort, ups, und Input, Type gleich Passwort oder Passwort, besser gesagt. Und am Ende noch ein Button zum Submitten. Das ist so ziemlich das basicste Formular, was man sich so überlegen kann. Ups. Ja, also im Endeffekt ist es wirklich relativ unspannend, aber trotzdem kann man damit mit Angular einiges machen. Denn wir wollen ja zum Beispiel, ich komme gleich drauf, Login, haben wir gesagt, machen wir nicht eine Registrierung. Genau. Wir haben jetzt hier einen Submit-Button. Und bei einem Submit-Button wird normalerweise immer das Formular an eine vollständig andere Website abgeschickt. Also irgendwie Login.php oder sowas. Und das wollen wir jetzt hier möglichst vermeiden. Denn wir wollen ja, dass unsere Website nicht komplett neu lädt, sondern immer nur die einzelnen Komponenten neu lädt. Das war sozusagen das Grundprinzip von Single-Sided-Page-Applications oder Single-Page-Applications oder sowas. Genau. Und ja, deswegen hat man hier natürlich in Angular da auch dran gedacht. Und man hat an noch einiges mehr gedacht, das werden wir gleich sehen. Zum Beispiel auch, wenn wir irgendwas eingeben, dann werden wir auch gleich sehen, was da passiert. So. Ich brauche jetzt hier oben allerdings als allererstes mal den Namen sozusagen von unserem Formular, damit auch Angular intern weiß, wie es das Formular hier nennen soll. Und das kann ich nennen, wie ich möchte. Zum Beispiel mein Formular oder sowas. Ups. Formular. Alter. Ja. Okay. Mein Formular ist gleich ng-form. So. Jetzt müssen wir natürlich noch angeben, was beim Submit passiert. Das müssen wir bei jedem Formular machen. Machen wir auch normalerweise hier oben. Normalerweise schreiben wir dann irgendwie post oder get oder sowas. Also die Method schreiben wir rein. Und wir schreiben hin, wo es hingeht. Das tun wir hier nicht. Wir schreiben hier nur, wenn es submitted wird, ng-submit, dann bitte an folgende Funktion. Und die Funktion können wir uns aussuchen. In unserem Fall nehmen wir jetzt einfach mal Login. Ups. Ich habe heute Wurstfinger. Das ist unglaublich. Form. Punkt. Und automatisch verrichtigt, weil ich hier mein Formular, habe ich das Ganze genannt. Also ihr müsst hier den Namen einfach von eurem Formular wieder benutzen. Mein Formular. Punkt. Value. So. Wundervoll. Jetzt habe ich natürlich hier erstmal den Fehler wieder gemacht. Ich bin doof. Ich weiß. Und ja. Jetzt gibt es natürlich diese Login-Funktion noch überhaupt nicht. Die müssen wir uns jetzt hier noch schreiben. Klar. Das sind sozusagen die Basic Setups für ein Formular. Aber Template-Driven ist da jetzt aktuell noch nicht viel dabei. Template-Driven wird dann gleich kommen. Okay. Jetzt müssen wir hier irgendwie einen Value, den bekommen wir mitgeliefert. Ist vom Typ Annie. So. Und wir wollen ihn jetzt irgendwie verarbeiten. Verarbeiten im Sinne von Console.log natürlich. Wie immer. Nein. Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel aus den letzten paar Videos diese Post- und Get-Daten oder sowas. Das könnt ihr jetzt zum Beispiel mit eurem Backend machen. Das wäre genau die Stelle, wo ihr jetzt etwas an irgendjemand anders posten müsst. Also an eure API. Und wir wollen jetzt hier allerdings nur loggen. Also wie gesagt. Kombinieren könnt ihr das Ganze ohne mich. Das ist sozusagen eure Aufgabe. Sozusagen eure Übungsaufgabe. Ähm. Aber ja. Okay. Gut. Das ist sozusagen jetzt erstmal alles, was wir hier brauchen. Testweise gehen wir jetzt einfach mal kurz rüber. Also das war jetzt sozusagen unser Basic-Formular-Setup erstmal. Und jetzt gehen wir mal kurz auf unsere Website hier rüber und überprüfen, ob dieses Console.log auch wirklich funktioniert. Morpheus und, ähm. ASDF 1, 2, 3, 4. So. Wir sehen plötzlich, bam, gar nichts. Wir sehen, dass hier nichts drin steht. Und das ist natürlich etwas unschön. Es hat zwar hier einige komische Prototypen und so weiter. Aber warum sehen wir hier nichts? Naja. Ähm. Das liegt daran, dass wir noch keine Werte zugewiesen haben. Sprich, wir haben noch nicht gesagt, das ist ein Wert für dieses Formular. Und das ist auch ein Wert für dieses Formular. Und das machen wir. Indem wir hier einfach hergehen und diesem Input noch ein paar mehr Informationen mitgeben. Ihr kennt das ja. Eigentlich muss man hier bei einem normalen Formular ja auch den Namen angeben. Name gleich Name. Ha. Und, ähm. Jetzt in unserem Fall, Angular-Fall, brauchen wir hier auch noch ein ng-model. Das brauchen wir nicht. Dazu komme ich gleich noch. Das machen wir gleich. Name ist gleich hier unten einfach auch genau dasselbe. Pass schreiben wir hier einfach mal und ng-model. Ups. ng-model. Ohne das da. So, und damit sagen wir jetzt folgendes. Also jetzt kurz zu diesem ng-model. Damit sagen wir, okay, dieser Input gehört zu dem nächsten Formular, das du findest. Und dieser Input gehört auch zum nächsten Formular, das du findest. Das nächste Formular ist dieses mein-Formular. Das heißt, dieser Input und dieser Input gehören als Input-Type sozusagen zu diesem Formular hier. Ich kann aber auch bei ng-model, habt ihr ja gerade gesehen, ein gleich und dann ein eigenes Model eingeben. Das heißt, ich kann hier sagen, wir mal irgendwo auf meiner Website irgendwas füllen für ein Formular, das vielleicht nicht unbedingt in der Nähe steht und kann sagen, okay, das gehört halt dazu. Und wenn das submitted wird, dann bitte auch diesen Input hier betrachten. Also das funktioniert, das kann ich machen, aber es ist einfacher, wenn ihr es einfach direkt über ng-model einfach definiert, das ist sozusagen boolscher Wert hier, also Wahrheitswert, dass dieser Input hier zu diesem Formular dazu gehört. Okay. Ja, und jetzt, wenn ich das Ganze nochmal mir angucke, dann habe ich hier, ich brauche eigentlich nicht neu laden, Morpheus, ich weiß das Passwort schon gerade eben nicht mehr, 1, 2, 3, 4, 5, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, und jetzt sehen wir, dass wir hier einmal den Namen Morpheus haben und einmal den Pass, Achtung, wir haben nicht Passwort oder sowas, wir haben Pass geschrieben. Das ist dieser Name von dem Teil hier, der da einfach mit überliefert wird, der ist dann eben das, was ich gerade einfach random noch eingegeben habe. Okay, wundervoll. Und damit haben wir eigentlich die Information an unser TypeScript Backend übertragen, haben allerdings noch nicht wirklich irgendwas mit Template Driven oder sowas gemacht. Das war jetzt erstmal das grundlegende Setup für ein normales Formular. Und ja, hier geht es dann nächstes Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns. Bis dann, ciao, ciao.